...ist am Montag um 21.15 Uhr bei RTL Plus. Für eine erstklassige Schokolade ist das Wichtigste der Kakao. Da darf man nicht sparen. Deshalb erleben Sie heute live, wie Alpia, die ja bekanntlich jede Mark in die Schokolade steckt und keine Mark in die Werbung, eine Menge Geld ausgibt. Wir führen ein Ferngespräch. Hallo Brasil, Senor González, Alpia Deutschland. Na, was macht der Kakao? Können Sie mich schnell zurückrufen? Weil wir stecken jede Mark in die Schokolade, aber keine Mark ins Telefon. Alpia, köstlich, sahnig, kauf ich. Tiso PR 100 mit Swissback. Das bedeutet 100 Meter wasserdicht. Mit kratzfestem Saphirglas. Und mit End-of-Live-Anzeige der Batterie. Tiso PR 100. Bei Ihrem Tiso Fachhändler. Diesen beliebten Pausensnack mit Bananengeschmack gibt es jetzt auch in der praktischen Familienpackung. Dohl, der bessere Snack. Willkommen im Reich der wilden Tiere. Musculus duplikandi. Copy Maus. Die tierisch guten Kleinkopierer von Canon. Klein, fein, fleißig. Was essen amerikanische Footballspieler am impsten? 71 Steaks for the Tigers. Hey. Hey, what's wrong? 7 Heinz Ketchups. Heinz Ketchup. Das beliebteste Ketchup Amerikas. Heinz Ketchup. Liebe Frau von Bülow, unser Abend in Ihrem Sommerhaus ist für mich mit einem besonderen Wein verbunden. Erben Weisherbst. Wenn ich jetzt auf Ihr Wohl anstoße, empfinde ich die gleiche Heiterkeit. Erben Weisherbst. Ein Wein des Franz Wilhelm Langgut. Mit Erbenwein legen Sie Ehre ein. Erben weisherbst. Wie viel Get the Power? Hier sehen Sie Klaus Peter B. bei seinen Bankgeschäften. Postbank. Die clevere Alternative. Schneller als der Regentropfen. Schnell, mini, automatisch. Minimatik. Der echte Knirps. Ich wollte meine Fältchen nicht länger verstecken. Deshalb habe ich Lysmina ausprobiert. Das neue Lysmina. Liposomen Energiekonzentrat. Glättet Fältchen 100% besser als bisher. Und das sieht man. Lysmina. Die 100% Chance gegen Fältchen. Jetzt neu. I Love Milka White Cappuccino. Mh. Zarte Cappuccino Creme. Umhüllt von zarter, weißer Milka Alpenmilchschokolade. Jetzt neu. I Love Milka White Cappuccino. Wild. Kuh. Unersettlich. Maßlos. Rossmeier. Freitags und samstags bei RTL+. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Erst kommen um 23 Uhr die liebestollen Handwerker mit Semmelwurst und Birkenwasser. Und dann die wilden Frauen des Rossmeier. Der unmoralische Mr. Thies ist dabei bestimmt kein gutes Vorbild für Hugo Egon Balder und für Hella von Sinnen. Denn die beiden bemühen sich gleich bestimmt besonders nett zu sein. Zu einem neuen Kollegen. Alles nichts oder heute Abend mit Werner Schulze-Erdl. Der sie ab Januar ruckzuck um 100.000 Mark reicher machen möchte. Der Gastgeber im großen RTL-Familienduell. Heute ist er selber zu Gast in Alles nichts oder?